guten morgen und damit herzlich willkommen hier bei rückenwind es ist freitag der 24.12.2021 heute geht es zur letzten tour den brockenhoch dem christmas ride vorsichtshalber habe ich hier schon mal meine spike decke drauf gezogen weil ich echt nicht weiß was mich erwartet stand jetzt ist es draußen relativ windig aber mehr oder weniger warm auf dem brocken waren es gestern 10 grad heißt da wird sicher gut gefroren sein deswegen lieber mit spike fahren und dann mache ich mich jetzt erst mal los diesmal allerdings mit dem auto bis nach schirke dann trifft sich die ganze bande wieder und dann geht es den brocken hinauf bis später so ich bin angekommen der parkplatz füllt sich langsam wetter geht so halbwegs nie sind nur ja mal gucken ob die zum einsatz kommen und dann freue ich mich auf eine schöne tour und zwischendurch gibt es immer noch einen kleinen rückblick und diesem jahr bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 So, halten wir fest. Bis hierhin habe ich mich relativ dick angezogen. Bisschen zu dick. Kalt ist es nicht. Einfach nur windig und nass. Aber gleich kommen wir zur Schneefallgrenze. Und da oben pfeift es auslich. Ich nehme jetzt die Handschuhe an und dann mal schauen, was auf mich zukommt nach der nächsten Zeitung. Und da oben kommen. All I wanted was you 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 Bis zum nächsten Mal. So, jetzt mal ein bisschen Kamera umgezogen. Dann fahre ich das so bergab. Ja, das war's dann für dieses Jahr. Ich wünsche allen einen schönen Weihnachtenfest. Dann sehen wir uns wieder. Ich bin hier, wo ich bin. Ciao.